Ich dachte gerade, es wird losgehen, aber die haben einfach nur die Spielsuche abgebrochen. Also, hier, da, guck, die Spielsuche beendet. Jetzt könnte ich noch, mir gerade, während die dran sind, eine andere Quest suchen. Was wäre denn die nächste? Zwei, drei, viermal denselben Gegner. Oh, das ist ja nicht so schwer, wenn man einen Schwachen sich raussucht. Das geht? Also, drei, vier, fünf. Passt doch. Ich mit 95 natürlich. Alter. Ah, eins habe ich schon mal richtig gehabt. War die letzte Runde. Aber das, da konnten wir ja jetzt nicht antworten. Die nächste Frage in... Nicht so extrem langsam, würde ich tippen. Langsam, aber nicht extrem langsam. Die Geschwindigkeit kam bei dem erst spät. Und... Tatsache, so schnell? Bin mir gespannt. Auch einer hat es richtig gehabt. Wie waren die meisten Tatsache? Äh, 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 äh. Ja. Muss ja. Gar nicht anders. Die haben ja was anderes. Die haben ja kein Crit. Die haben ja nur Elektro, die beiden. Und der besteht aus Sun und Yasha. Von daher... Ah, jetzt geht's los. Ach, jetzt wird's nicht mal angezeigt. Schade. Äh. Und leider habe ich auch wieder keine gestackt. Schade. Ähm. Fällt mir ein, ich muss langsam mal wieder die Videos exportieren. Und jetzt müsste ich eigentlich... Oder noch nicht? Noch nicht. Ich glaube noch nicht. Den neuen... Jo. Oh mein Gott. Ich bin ein, 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 ich Oh? Oh? 5 Sekunden. Hurry, hurry! 10 Sekunden zu wählen. Ah. So. Warte, war ich Support, ne? Doch. Ja, ne. Geil, jetzt hab ich einen Geil. Äh, Support Build. So, muss ich dann mal auswählen. Ah, Flasche. Okay, ja. Ergibt Sinn. Ergibt auch Sinn. Ergibt alles Sinn. Habe ich denn? 450 hab ich noch übrig. Na ja, können wir noch hier einkaufen und noch ne TP. Okay. Okay. Ah, so falsch geschrieben. Im Shop verfügbar. Level 145. Level 145. Na ja. So. So. Kann man denn hier... ... Wie sieht's denn aus? Jo, da weiß ich gar nicht. Ich glaub, da setz' ich nicht drauf. Verdammte Hacke. Ich glaub, da setz' ich nicht drauf. Obwohl die anderen können es ganz gut raushauen, würde ich sagen. Oh, den selben Gegner töten? Vielleicht nicht unbedingt. Ähm. Maximale Tode? Vielleicht. Könnte es hinhauen. Shade Io. Hätte ich den nicht. Aber das ist auch wieder die täglichen Quests. Ich will sie ja nicht ignorieren. Ich will ja die täglichen Quests machen. Ich hab ja die... Wo ist sie? Hier. Errungenschaft. Tägliche. 40 werden die nächsten. 75. Da muss ich so viele wie möglich machen. Weil ich werd... Eventuell welche verpassen, nicht schaffen. Ich hab ja schon welche nicht geschafft. Und auch verpasst tatsächlich. Also... 265. Der wollt unbedingt Io haben. Heißt ja. Der Dreckskerl. Hmm... Hm... Ah... Ne. Hm... ... Who do you think will happen this time? Murdering one another? Probably. Yes? Unless... Yeah? No, no... I'm gonna go with you. Um... Oh! Um... Um... Wo gehe ich hin? Würde ich sagen, auf die Offlane. Okay. Maximal 5-3-1-mal. Okay. Kriegt die überhaupt... Na doch, da kriegt die Heide. Äh. Ah, im Ernst jetzt? Oh, scheiße. Mein Gott, oh Gott. Was ist so echt? Was hier ging ja jetzt? Komplett schief. Hm, wer hat den K... Irgendwer hat den Kuriere gekauft. Okay. Gut. Ähm. Ich weiß nicht, da bin ich mit... Hm. Fällig, das ist ein Top. Können wir machen. Wo stehen wir gerade? Das decken wir gerade mal. Ah, das könnte... Könnte schief hier sein. Schade. 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 Mal sehen, ob ich das hinkriege. Bin ich echt mal gespannt. Nein. Nein. Da ist ein Käse. So, es fehlt. Okay. Hm. Hm. So, leckt das denn schon wieder. Hm. Oh, verdammt. Kann ja nicht sein, dass er so... Was mache ich eigentlich hiermit? Bonusangriffsnummer. Soll ich es nicht. Hm. Ah, okay, da ist das, da ist die Koks, das kostet Lama und Lama, Lama nehme ich an. Aber das ist schon okay. Sag doch mal, was du hier willst, ey, verdammt. Nein, 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 ich muss zurück. Ich habe halt hier nur für die Flasche, das ist nicht schlecht. Was ist das hier eigentlich? Ach, die Energiebälle, klar. Kostet natürlich ein bisschen was. Die Flasche ist weg. Die Flasche sind weg. Denied. Oh. Hm. Also. Ich würde ja mal nicht behaupten, dass ich schlecht war. Oh, jetzt. Blutrausch? Nicht schlecht. Nicht schlecht. Was soll ich denn machen? Was soll ich denn wissen, dass du da oben hin portest? Ich würde nur das heilen, was ich an Mana auch habe. Ähm. Ähm. Hm, hm, hm. Hm, hm, hm. Oh, scheiße, scheiße, scheiße. Ah, wieso habe ich dir das gegeben, verdammt. Mist. Hm, schade, keine Rune da. Dann muss ich mal... Ich bin, schade, scheiße. Also. Ich bin, schade, scheiße. Hm. Ah, okay. Huh. Oh, ich bin, schade. Oh, ich kann es nicht mehr sehen. This is ours! Okay. Nice job counting on us, ne? Ups. Hm. Ein bisschen sinnfrei eigentlich, aber... Okay, er portet weg. Puff, ähm... Irgendwer sollte mal die Erfahrung auf der Lane abgreifen, ne? Woid, äh... Hm. Scheiße, James relax. Hm. Tämliche Legs. Puh. Oh, wen hab ich da angesehen? Braum? Beut war hier? Ach ne, da ist er. Oh, okay. Entschuldigung. Na, den krieg ich so nicht. So, was haben wir eigentlich? Oh, ja. Oh. Oh. So, was haben wir eigentlich? Oh, ja. Oh, ja. Wo? Oh. Oh. Oh, shit. Ja, ist er tot. Ja, ist er tot. Nein. Hm. Hm. Hm, wow. Phantom Assassin verlässt sich ganz schön gut auf mich hier. Hm. So, jetzt hätte ich meine... ...normale Fähigkeit eigentlich, also meine Ulti hätte ich. Hm. Hm. Okay. Mist. Ich muss dann mein Ziel festlegen in der Base. Okay. Eine beliebe Position auf der Karte, bitte. Ja. Doppel. Oh, nee. Achso. Dein Top Tower ist unter Attack. Mist. Zweimal gestorben schon wieder. Hm. Das kann man probieren. Ah. Das wirbel. Oh. Oh. Ah. Hit die. Ah. Oh. Was zieht das denn Leben an? Lebensmana für das 4,5% Ach du Scheiße Hab mich schon mal verwundert Wo der Scheiß herkommt So ein Dreck aber auch Irgendwo ist das warm hier drin 28,5 Grad Oh So Invisibility Hmm So Okay I can run in here Hmm Smart money So ist verdammt Okay Hat mich gewartet So soon So soon Das war Da ist die Verbindung gerade ausgelaufen Hätte ich eigentlich wieder vernetzen müssen Aber gerade so dass es hingehauen hat Ich kostet es ja nicht viel Witzigerweise Nein Leck Ja Vielleicht sollte ich auch Ich sollte mir mal meine Standard Regeneration angucken Okay Phantomas ist Das ist eine Frage Das ist eine Frage Das ist eine Frage Das ist eine Frage Ich habe mich nicht Ehe Ich habe mich nicht Alter, das war mies. Ich brauche andere Helden, um so feines zu spielen. Ich brauche wahrscheinlich Gegner, die aufgegeben haben. Leben ist ja wohl das meiste, was dann gebraucht wird. Ähm, das ist irgendwo mal... Krass, weiß ich. Das sollte mein Leben leichter machen. So. Hm. Hm, hm, hm. So, leider habe ich noch nichts. Ach so, ich muss erst verletzt sein, oder was, damit ich... Das ist echt krass. Oh, aber bei denen sieht's auch wesentlich besser aus als bei denen. Äh... Bei denen sieht's besser aus als bei uns so rum. Das ist echt, ähm... Ähm... Tja... Eigentlich müsste ich noch irgendwie, äh... Wards... Wards müsste ich kaufen eigentlich. Noch zusätzlich, aber... Pfff... Lange... Das ist schon nicht so einfach. Wards... Der Mann hat fortified their towers. Ähm... Oh, der Kauft wards. Okay. Ähm... Der K collapsing! Die Leute schweigern kommen... Du hast aufyllt reflektiert er... Sie müssen das noch nicht offen! Dann aufbrem serviert er... Wir haben Gezech engaged! Saar immer er... Wow. Juhl, ist echt ein mieser Charakter, ey. Scheiße. Scheiße. Hm. 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 Nein, 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 nein. Hm. 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 Ah Ah Wow Wow 6 HP Regen Das ist allemal wert auszutauscht werden mit seiner Flasche Meiner Regen ist ja schon ganz gut Ähm Oh Schon nicht heftig gerade Hm 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 Ah sie sind weggeportet Okay Um Phantom Assassin Na komm Hm Okay Hm 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 Oh Oh Hm 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 Ach so Hm Oh Hm 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 Oh Nur einen Moment lang Hm Hm Enough pain Hm 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 Aber das ist ja gemutet. Wörterweise. Hm. Hm. So. Einen Gegenstand würde ich damit schon mal zusammenpassen. Ich... Nein. Nein. Ähm. Also, jetzt gerade... Ja, jetzt bin ich gerade Support und versuche mein Bestes da. Und nicht irgendwie zu versagen. So, das müsste ich da halt einen richtigen guten Schub begeben haben. Ähm. Oh. Oh. What? Oh, Mist. Mist, 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 Mist. Ja, sogar spiele ich auch nicht Support. Deswegen bin ich... Ich bin gar nicht so schlecht von Nature's entfernt. Also... Mist, hätte ich Doppelklick gemacht direkt, weißt du. Dann wäre ich... Wären wir beide weg gewesen. Aber... Naja. Das ist echt ein bisschen... Ich bin gut. Gerade so noch im Wegfliegen... ...im Wegfliegen... ...habe ich's noch... ...geschafft. Das kann man da mal ordentlich... ...pushen. 24er Regen. Ich würde... ...gerne... ...Pantom Assassin. Ah, so. Scheiße. Nicht gut gerade. Nicht gut. Nicht gut. Oh, shit. Oh, nature is kapisht. Mist. Fun. Drei, master Gray. Nice. Warte, warte, warte. Geht schon ganz schön ab, da. Ähm. Was ist denn? Sowas hier? Hm. Genau, da kann ich nicht gebrauchen. So. So. Oh, das kriegst du wohl alleine hin? Damage? Das war nicht meine Absicht. Hm. Oh, Mann. Eigentlich sollte ich doch Support spielen, oder? Okay. Mal schauen. Okay. Nein. Dieses dämliche Black Gang. Dieses Mario. Da geht's. Oh. Untertitelung des ZDF, 2020 Mega-Kill, okay Was das Pushen angeht, sind wir hier immer so gut So 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 Ich will etwas... Ich will etwas... Ich will etwas... Was ist das? Um. Smart money. The seeds are full. Hmm. Oh, yeah. Doesn't see. Alter. Oh, okay. Und. Dafür. Und. Mana Regen. Wunderbar. Oh. Ich glaub nicht, dass er bald trollt. Okay. So. Oh. Was für Leute, ey. Die haben es halt nur beschwert. So. Gut. Was? Nein. Ach, komm. Shitlag. Was ist denn im Moment los? Dias Structures are fortified. Aus irgendeinem Grund leid. Ob der PC zu warm ist. Hm. Verdammt. Hups. Hupsala. Ah. Scheiße. Keine Chance. Falsche Richtung gelaufen am Anfang. Nein. Falsche Richtung gelaufen am Anfang. Oh, ja. Oh, ja. Ähm. Soviel zu meinen. Nur fünf Toten. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Ähm. Okay, warum sindając das? So, und jetzt mache ich mich wieder weg, bevor es da Ärger gibt. Ich sollte ja auch eigentlich eher mal bei den anderen sein, ne? Double-Killer, okay. Okay. Ah. Scheiße. Ah, so, wasser? So, jetzt können wir wieder da hin. Jetzt hat er natürlich seinen Teleport aufgebraucht. Hm. Hm. Was? Hm, hm, hm. Okay. Moment, abholen weiß ich, wie es geht. Das ist, äh, kein Problem. Mal Wolter. Blau, ne? Hup. Ach so. Ich hätte es ja gern. Ich hätte es jetzt auch gemacht. Warum? Was ist das? Okay, 24 Uhr regauen. Na, es läuft doch mal. Okay. Wo bin ich? Nein, ich bin auch mit drin. Schade, da darf ich auch dran gehen. Wollen wir das Spiel ausweichen? Oh, shit. Nee, das war definitiv nichts mit nur fünfmal sterben. Einzig und allein Tinker springt hier rum. Mit einem Flummi. Und hält die zurück. Und das ist das einzige, was uns praktisch am Leben hält. Glatt 50%. Hm, kann ich mal... Hm. Sicher ist sicher. Sicher ist sicher. Ah. So. Geh ich mal an. Geh ich mal an. Was ist denn? Ich weiß nicht, was ich denn da? Hm. So, jetzt müsste das eigentlich Wunderbar gehen Gott, kämpfe ich dagegen an Das ist echt krass Achso, Fähigkeit vielleicht beenden Gut Bringt einem dann nicht mehr so viel, oder? Okay Schön, 17er Mana Wie gerne So viel Regen So viel Regen Oh Hm Tof Hm 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 Ja Gott, ich habe so viel Regen Das ist echt übel Hm Hm Das ist die Farbe Hm, natürlich wieder verrissen Hm Hm No Oh Oh Das war natürlich Jesus Alter Oh Das ist die Farbe Und dass ich Ich habe hier Ich habe hier Ich habe hier Und Oh 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 Gott. Oh Gott. Okay. 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 Wow. Ah, sie ist tot. Johanna hat sich zurückgekauft. Hm. Doof. Wow. Was ein Spiel, verdammt. Was ein Spiel. Wir schauen mal wieder. Hallo. Ah, Spiel passiert. Ich bin als einziger noch drin. Okay. Okay. Ah. Ah. Hm. So. Jetzt halte ich mich mal ein bisschen selbst. Oh. Natürlich nicht so toll. Das ist cool. Phantom Assassin gerade wieder. Raus ist. Kann ich eigentlich nicht verantworten hier zu bleiben. Boah. Was haben die denn für ein Shit-Bass, ey. Unglaublich. Hm. So. Ah. Oh Gott. Ja, ich kann auch spionieren. Die Wittertower sind unter attack. Radiant hat 45 der Towers. Die Wittertower sind unter attackiert. Die Wittertower ist eliminiert. Die Fürden, die die Wittertower hat, hat sich geflogen. Freiheit, zu Ende. Gott, was habe ich denn für Werte? Unglaublich. Oh, 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 oh. Shit, shit, shit. Okay. Oh, jetzt hat er mir mal nur Dings geklaut. Das ist mein Ernst. Alter, 50, die... Du bist doch auch so blöd, wie du lang bist, oder? Da habe ich natürlich nichts, was mich schnell irgendwo hinbewegt. Was? So. 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 Sollte ich vielleicht mal ausmachen. So, in der Zwischenzeit. Oh, verdammt. Oh, stimmt die da doch gar nicht. Oh, ist das wieder da? Oh. 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 Alter, wenn ich das... Das ist jetzt wahrscheinlich 200. Versetzen würde ich... Hm, wahrscheinlich die Rollen. Moment. Alter, warum habe ich das nicht vorher gekauft? Das hätte es so viel einfacher gemacht. Gott, verdammt. Nein. Ah. Dang it. Boah, das ist so ein... Heftiges Spiel gerade. Jetzt könnte ich das eigentlich mit den Auren machen. Jetzt habe ich ja... genug. Was ist denn? Oh, shit. Wirklich jetzt? Wirklich jetzt? Alter. Oh. Oh, jetzt ist wieder mein... Ähm. Ja. wir sind wieder ein licht abgestürzt das ist super das ist so peinlich ich tue das macht halt mit hab ich immer mit patafix irgendwie dran gepoppt ich weiß wo er ist komm schon oh da Boah, scheiße. Mist, 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 Mist. Oh, more death. So ein Käse. Gut, diesmal ist sie nicht grad. Ist das jetzt ein verdammter Ernst? Ah, okay. Jetzt greifen wir mit allen gestaffelt an. Was zur Hölle? Oh, das ist ein verdammter Ernst. Oh, das ist ein verdammter Ernst. So, da muss der Schanddeck hier haben. Alles gut. Oh. Oh, Alter. Wir kommen und kommen einfach nicht voran. Es ist einfach. Ob er da jemals irgendwie... jemanden... Ich hab... Genau, ich kann nichts mahlen, bis ich wieder da unten bin. Ist das alles klar? Boah, das ist die Schade. Ja, ich bin immer wieder auf. Oh. Aber du wirst nie wissen die secretes von Garstin' Death. Und du wirst mehr Zeit. Oh, shit. Nein. Oh, dammit. Oh, shit. I think we're standing down. Let's get the sign for here. Oh, my god. Oh, damn. Oh, my god. That's always the problem. You can't do a lot. Do a lot of people do a lot. I don't know. I can't do a lot of people. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Oh, das ist voll. Top tower unter Sieg. Ich hoffe, dass eine Top Tower nicht ein Teil Ihrer Strategie ist. Das ist nicht gut. Mein Yacht. So lust. gut dass keiner gesetzt hat was ein stress unglaublich unglaublich aber es war noch ein ganz gutes spiel ja gut wir sehen uns dann in der nächsten runde hoffentlich läuft die besser spielen muss man kann so ein spiel gewinnen von daher mal gucken